Diese Meditation hilft dir, dir bewusst zu werden, dass du dein Leben gestaltest. Du und niemand sonst. Deine Sicht auf die Dinge, deine Perspektive und deine Stimmung, deine innere Grundhaltung, bestimmen dein Leben in so vieler Hinsicht. Wenn du deine innere Einstellung änderst, dann änderst du damit dein ganzes Leben. Wertschätzung und Dankbarkeit sind die Grundlage für ein Leben im Überfluss. Und diese Meditation hilft dir, diese Grundlage zu schaffen. Such dir eine bequeme Position, gerne auf dem Sofa oder auf dem Bett. Sitz am besten aufrecht und schließ deine Augen. Atme mal tief durch und nimm dir kurz Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Atme ganz tief und gleichmäßig. Das, was du tust, aber auch deine Gedanken und Gefühle beeinflussen dein Leben ganz erheblich. Sicher passieren im Leben Dinge, auf die du keinen Einfluss hast. Aber du entscheidest immer, wie du reagierst. Bewusst oder unbewusst. Du entscheidest, wie du das, was du erlebst, in deine Lebensgeschichte einordnest. Ist dein Leben ein Trauerspiel oder eine Heldenreise? Du entscheidest, du gestaltest dein Leben. Du entscheidest, du gestaltest dein Leben. Wie geht die Geschichte, die du über dich erzählst, weiter? Bist du machtlos, bist du ein Opfer deiner Umstände oder bist du Phönix aus der Asche? Du kannst deine Geschichte umschreiben. Du kannst deine Perspektive ändern. Wenn du deine innere Einstellung änderst, dann veränderst du damit dein ganzes Leben. Jetzt nimm dir einen Moment Zeit und schau dir dein Leben an. Deinen Weg bis zum heutigen Tag. Oft ergibt die Geschichte erst dann einen Sinn, wenn man zurückschaut. Weißt du wirklich zu schätzen, was das Leben dir geschenkt hat? Gibt es nicht so vieles in deinem Leben, für das du froh und dankbar sein kannst? Und damit meine ich nicht nur Dinge oder Menschen. Dein Leben war voller Zufälle und glücklicher Fügungen. Oder wie wäre es mit ein bisschen Wertschätzung für deinen eigenen Mut, dein Durchhaltevermögen? Oder deine Kreativität? Weißt du wirklich zu schätzen, was das Leben dir geschenkt hat? Wertschätzung hat eine ganz besondere Energiesignatur. Dankbarkeit und Wertschätzung sind die Grundvoraussetzung für ein Leben im Überfluss. Weil das Leben wird dir immer mehr von dem geben, was du ausstrahlst. Wenn du immer nur das Gefühl hast, dass dir dieses oder jenes noch fehlt, um glücklich zu sein, dann steckst du fest in einer Art Mangeldenken. Du siehst immer nur das Defizit. Du siehst das Glas immer als halb leer. Und wenn deine innere Grundhaltung, deine Energiesignatur Mangel ist, dann wirst du damit immer nur noch mehr Mangel in dein Leben ziehen. Richte dich aus auf ein Leben im Überfluss. Ein Leben, in dem dir alles, was du haben willst, einfach zufliegt. Ein Leben voller Wertschätzung und Dankbarkeit. Jetzt atme nochmal tief ein, halte die Luft kurz an und dann atme mit einem lauten Seufzer wieder aus. Und nochmal tief ein, halte die Luft kurz an und mit einem lauten Seufzer wieder ausatmen. Jetzt atme weiter ganz tief und gleichmäßig. Entspann dich. Entspann dich. Entspann dich. Lass dich tragen von der Musik. Lass dich ganz hinein sinken. Lass dich ganz hinein sinken in diesen Moment jenseits des Lebens. ein Herz von Zeit und Raum. Lass dein Bewusstsein treiben. Lass dein Bewusstsein treiben, losgelöst von allem, was du kennst. Losgelöst von allem, was du weißt. Du bist ganz entspannt und ganz klar. Lass dein Bewusstsein treiben. Lass dein Bewusstsein treiben. Stell dir vor twoben. Lass dein Bewusstsein treiben, das ist dezeert. Du bist unfrei. von diesem großen Ganzen. Spür, wie alles zusammenhängt, wie alles eins ist. Lass Dein Bewusstsein einfach treiben in diesem Moment. Werde ein Teil von diesem Augenblick. Werde ein Bewusstsein jenseits von Zeit und Raum. Ganz entspannt, ganz klar. Lass Dich ganz hineinsinken in diese Entspannung. Lass Dich tragen. Du bist einfach nur hier und spürst diesen Moment. Ganz entspannt, ganz gelöst. Jenseits von allem, was Du kennst. Alles besteht aus Energie. In diesem Augenblick ist alles pure Energie. Versuch, diesen Moment ganz intensiv wahrzunehmen. Das Hier und Jetzt. Werde eins mit diesem Moment. Ganz entspannt, ganz gelöst. Alles ist in Verbindung. Alles ist in Verbindung. Du bist ein Teil dieser Energie. Und Du bist ein Teil dieser Energie, dieser Frequenz. Du spürst diese Zufriedenheit. Richte Dich aus auf das Gefühl von Dankbarkeit und Wertschätzung. Lerne das zu schätzen, was Du hast. Du bist so reich. Du musst nur hinschauen. Betrachte Dein Leben. Ein Leben im Wohlstand. Ein Leben voller Wunder. Ein Leben im Wohlstand. Dieses Leben ist ein Geschenk. Du hast nur dieses eine Leben. Es ist Deine Geschichte. Deine persönliche Heldenreise. Und auch die dunklen Kapitel haben einen Platz in dieser Geschichte. Deine Geschichte. So vieles im Leben macht erst im Nachhinein Sinn. Du bist so reich. Du musst es nur sehen. Und ich kann Dir sagen, Deine Geschichte wird Dir noch viele Überraschungen bringen. Wundervolle Überraschungen. Spür diese Zufriedenheit. Spür diese Zufriedenheit. Lerne das zu schätzen, was Du hast. Wertschätzung. Das, was Du hast überhaupt wahrzunehmen. Dein wundervolles Leben nicht als Selbstverständlichkeit zu sehen. Wertschätzung ist eine innere Grundhaltung. Du atmest weiter, ganz ruhig und gleichmäßig. Wertschätzung. Ganz entspannt. Ganz gelöst. Jenseits von Zeit und Raum. Alles ist verbunden. Du bist verbunden. Mit dieser Energie. Mit diesem großen Ganzen. Dankbarkeit und Wertschätzung sind die Grundvoraussetzung für ein Leben im Überfluss. Lass Dich ganz tief hineinsinken in diese Energie. Betrachte Dein wundervolles Leben in einem ganz neuen Licht. Betrachte Dein wundervolles Leben in einem ganz neuen Licht. Vorher zu schätzen, was Du hast. Genieße das, was Du in Deinem Leben hast. Koste Dein Leben voll aus. Lebe jeden Moment ganz bewusst. Und sei froh um das, was Du hast, weil mit diesem Gefühl der Zufriedenheit kannst Du alles in Dein Leben ziehen, was Du Dir wünschst. Spür diese Energie von Wertschätzung und Dankbarkeit in Deinem Herzen. Wie ein Glühen, wie eine wohlige Wärme tief in Dir drin. Spür diese Liebe und diese Zufriedenheit. Freude ist wie ein Magnet, der alles Positive anzieht. Spür, wie Dein ganzer Körper erfasst wird von dieser wohligen, positiven Energie. Von dieser Liebe, von dieser Zufriedenheit, von dieser Wertschätzung. Lass Dich tragen von diesem Gefühl. Dann wird das Leben Dir all das bringen, was Du Dir wünschst. Spür dieses Gefühl in Deinem Herzen. Und wenn diese Meditation gleich zu Ende ist, dann bewahr Dir dieses Gefühl und nimm es mit in Deinen Alltag. Du hast schon alles, was Du brauchst, um glücklich zu sein. Sieh Dein Leben in einem neuen Licht. Mit einem Gefühl von tiefer Zufriedenheit und Wertschätzung. Jetzt atme mal tief durch. Und dann komm langsam hierher zurück, wo Du sitzt. Streck Dich ein bisschen und dann öffne langsam Deine Augen. Falls Dir diese Meditation gefallen hat, dann probiere unbedingt auch mal meine anderen Meditationen aus. Und abonniere unbedingt meinen Kanal. Ich veröffentliche hier regelmäßig neue Meditationen, die Dir helfen, Dein Leben besser zu machen.